Ich habe zu lieben nie gelernt, also zieh ihre Liebe mit dem Schmerz. Tief in deinem Herz, lief so vieles schon verkehrt. Waldat, wo bist du? Mir geht es nicht gut. Ich friere dir denn die Jacke, die ich trage, sie geht nicht zu! Ja, Waldat, du bist so scheiße, mir da so scheiße, dass du jeden Tag ersetzt wirst, ob du es glaubst oder nicht, du bist ein kleiner Müllhaufen. Boah, ich sag ihn ehrlich. Tschüss. Hey, Jungs, guck mal, alles aber nicht, okay? Guck mal, weil sie gehen in mich, das ist nicht in euch. Ich weiß, deswegen sagen wir. Warte, warte, warte! Nee, bleib, bleib. Nee, bleib, bleib! Nee, bleib! Eee! Gut, alle, raus, 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 raus! Wie geht's dir, Kalito? Lang nicht mehr gehört von dir. Gut, und dir? Freut mich. Mir geht's auch gut! Freiht mich. Mir geht's auch gut. Mendeeess! Kalito! Mendeeess! Kalito! Nee! Ich fühle mich gut, seit ich das kann. Ja. Ey, kann mir das? Nein, bist du krank? Nein! Was ist passiert da? 10 oder so Jungs, gib mir Schutzwesten Warte, 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 ich gib dir Warte, 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 warte Mit verzerrtem Selbstbewusstsein, die da runter gesprungen ist Ich will den Clip da sein, bitte Ich will den Clip da sein, ich brauch nen Clip davon Ich seh sie, ich seh sie Ja, wo? Ich warte uns Ja, geh zu den Autos alle Geh zu den Autos Oder spieg mal zusammen, Bruder, was macht ihr hier? Die halten die Arsch, die halten die Arsch Ja, geht das nicht ein, geht das nicht ein Hab einen raus, ich hab einen raus vom Backstab-Auto Ich hab einen Sag ich bin tot, sag ich bin tot Sag ich bin tot Sag ich bin tot Sag ich bin tot Hau 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 Nun Dmitri Hau 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 Ich hab deine Frau im Haken, du hast gar nichts, das ist meine Frau jetzt. Also zu wem fahren wir jetzt überhaupt? Oder fliegen wir? Roman, wie meinst du, wenn der DHL arbeitet und bei dir reinfährt oder was meinst du? Wer ist mit Arbeitsunfällen macht Aufschluss? Checkpost, Checkpost, Radieschen, durch den guten Gutachter hier an, dann bist du mit der Klingeln, durch den guten Gutachter, das ist Klingeln, Klingeln, an diesem Tor, Rudini, weißt du, Wo wir hochfolgen, rüberspringen muss wegen der Dings, da sind sie. Wo ist er denn? Aber von wo schießt er denn? Von dem Garten, von dem Garten, von dem Garten. Da ist er aufgestanden, glaube ich. Hat einer Dings? Ich hab eine. Ich hab eine. Hey, du musst hingehen, Jerry, call, call, call. Wo? Amado lebt noch? Ja. Direkt links von Ihnen. Hast du's? HB, HB. Links im Anwesen, wenn sie runter gucken, links im Anwesen läuft auch einer. Noch weiter. Oh, das ist aber scheiße. Das war unlucky für mich. Ich bin schon mit dem Feld geflogen. In meinem Dorf kann jeder fliegen. Ich komme aus Arzenda, Bruder, Arzenda. Merkt ihr das? Was geht jetzt ab? Arzenda, Arzenda. Ich komme aus Arzenda, Arme nach Räumen. Hey, 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 hey. Alles gut, alles gut. Bro? Hä? Gegen das Ding? Nein, ey. Hey, hol ihn her, hol ihn her. Komm, komm. Warte, Cousin, bist du von RMD? Warte, Cousin.